Moin Leute, herzlich willkommen! Es geht weiter. Ja, die letzte Überlebensmission war ja doch relativ lang. Ich dachte, vielleicht probieren wir es mal aus. Vielleicht gibt es ja schon was, was wir so spielen können, weil hier gibt es auch noch ganz viele anderen. Und Heldenjagd, das klingt alles eigentlich sehr interessant. Hier haben wir nämlich auch so viele Sachen, denn wir haben ja nur 10 Stunden zu spielen. Und vielleicht gucken wir uns hier mal um. Vielleicht gibt es ja wirklich schon hier die Möglichkeit, vernünftig hier was zu spielen. So, besiegen wir jetzt... Wir können ja mal Gefecht ausprobieren, ganz am Anfang. Und dann spielen wir einfach mal ein bisschen online. Ich muss halt nur gucken... Okay, es scheint... Ah, doch, das sieht ja gut aus. Also, es scheint doch was da online schon zu sein. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal so ein paar Runden. Und dann gucken wir uns nochmal den Online-Modus an. Und dann muss ich sagen, haben wir eigentlich auch schon fast alles vom Spiel gesehen. Aber erst mal nochmal so ein paar Möglichkeiten, wie man hier online spielen kann. Aha. Primärwaffen... Blaster, finde ich eigentlich ganz gut. So, wie geht's weiter? Drücken und beizutreten. So, besiege den Feind. Die Seite, die die meisten Gegner ausschaltet, gewinnt. So, und wir sind... Die Bösen, also... Äh, die Guten. Die... Die... Die, 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 die... Das Imperium. So, da haben wir sogar schon unseren Ersten. Und der Zweite wird's leider nicht. Da haben wir auch ganz schön was abbekommen. Hier müssen wir natürlich viel vorsichtiger spielen. Als wenn wir... Als wenn wir jetzt offline spielen. Weil die Gegner natürlich viel besser sind. So, da hat uns direkt mal einer ordentlich abgeballert. So, den haben wir jetzt mal wieder mitgenommen. Hauptsache, wir bleiben irgendwie so im Bereich... Plus, minus, null Kills gegen... Äh, Deaths. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Da hat uns hier mal schön jemand in die Luft gesprengt. Ach, scheiße. Und ich... Ja, wir haben eine schlechte Verbindung. Ähm... Das liegt daran, dass ich gerade hochlade. Damit die Folgen rechtzeitig bei euch ankommen. Ich hoffe, das macht jetzt nichts aus. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ach, die explodiert nicht mehr, oder was? So ein Scheiß. Ich hoffe, das ist ein Scheiß. So, das lässt sich aber eigentlich gar nicht ganz gut online spielen. Oh, fuck. So, können wir die vielleicht überraschen? Irgendwie von rechts hier. Ach, die Sau. So, aber es lässt sich doch ganz gut spielen. Also trotz des Uploads. Von daher lasse ich den jetzt einfach mal an. Das scheint ein heißes Pflaster hier zu sein. Ach, von hinten. So, fünf Kills haben wir immerhin schon. Ah, 95 zu 100. Sechs Kills und fünfmal gestorben. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind auch ein bisschen später eingestiegen. Deswegen konnten wir gar nicht vorne mitspielen. Aber solange wir positiv sind, ist das eigentlich völlig in Ordnung. so, und wir haben auch Rang 2 erreicht. Und haben da sogar schon die Hälfte. Oh, guck mal. Sogar fast, fast schon Rang 3. 600 Credits. Na, das lohnt sich doch. So, dann geht's mal weiter. Und dann spielen wir einfach ein paar Runden noch online, oder? Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Ja, da haben wir jetzt noch nix. Das müssen wir natürlich dann noch uns alles besorgen. So, die Map kenne ich jetzt gar nicht. Machen wir kurzen Prozess mit ihnen. Das war's. so gegner habe ich aber noch keine gesehen immer ein Assist Ach Mensch ey, haben wir nicht mal einen mitgenommen so und diesmal sind wir auf der Seite der Rebellen haben wir keinen mitgenommen, aber Schaden haben wir auf jeden Fall gemacht So, wo sind denn alle? So, komm mal schön wieder raus Ah, ja zu zweit ist das natürlich doof haben wir keine Chance So, wie geht's? Ach komm schon Was hat der überhaupt für eine Knarre gehabt? Glaub's nicht Ah, haben wir den einen wenigstens mitgenommen oder haben wir den Kill wenigstens gekriegt also die Runde läuft jetzt nicht so gut Wir haben das geschehen Und dem Imperium läuft die Zeit davor Hier drin sind imperiale Einheiten Aber weil es ist ein Geburtstag Es wäre mehr, dass wir ihn aufgebaut hat Wir haben es nach Hause Das sind die Nachwahl Das sind die Nachwahl Die Nachwahl Die Nachwahl Die Nachwahl Die Nachwahl Ich bin die Nachwahl Ich bin die Nachwahl Beifall Die Nachwahl Die Nachwahl Die Nachwahl Erwelle So, hier geht es ja gut ab. So, hier fühle ich mich sicher. Äh, die Drecksau. Der schon wieder. Die ganze Zeit nervt der mich schon. Der schon wieder. 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 Oh, fuck. Der schon wieder. 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 Der schon wieder.